Ich bin jetzt vom Brunsee angekommen und werde jetzt ein paar Bilder machen. Wir haben verschiedene Filter mit. ND-Filter, Verlaufsfilter. Wir werden verschiedene Objektive testen. Wir werden auch das Teleobjektiv benutzen, weil wir Schwäne da haben. Und jetzt geht's los. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Setup aufgebaut. Wir haben das Teleobjektiv und da hinten haben wir ein Schwan. Wir werden jetzt versuchen, dass wir den Schwan im Teleobjektiv fotografieren. Ich habe da immer gerne das Stativ bei langen Brennwerten wegen einem Verwackeln. Und schauen wir mal, ob es geworden ist. So sieht das dann aus, wenn ich fotografiere. Ich liege meistens auf dem Boden. Und ich meine, wir haben jetzt ein paar super Bilder vom Schwan. Die zeige ich euch jetzt. Wenn ich mal wiederhole. So extrem. Wir tragen jetzt viel für. Wir tragen dem mit dem Boden. Wir tragen auf die Pappe. Wir tragen massiv, denn wir haben und stehen auf die Pappe. Wir tragen jetzt auch nicht. Die Pappe. Wir tragen die Pappe. Vielen Dank. Ja, das war es soweit vom Brunsee. Wir werden es jetzt auf die Heimfahrt begeben und fahren nun zur Prezenskitz-Klausel oder wie das heißt. Ich bin mir nicht genau sicher, aber wir werden es gleich sehen. Ja, wir sind jetzt bei der Klausel angekommen. Die Parkplatzflugung war ein bisschen schwierig, aber schaut ziemlich cool aus da. Ich mache jetzt einmal ein Location Scouting und schaue einmal den Platz an. Und dann werde ich meine ganze Zeit holen und dann werden wir da noch ein paar Fotos machen. Schaut cool aus. Musik Wir sind jetzt bei der Klausel, bereit für ein paar Fotos, ich werde ein paar Langzeitbelichter probieren, ist jetzt nicht so einfach, weil die Sonne gerade relativ blöd steht, also die leucht genau ein und wir haben sehr viel Licht, aber die Bilder 60 gleich im Anschluss. Ja, das war es schon wieder für heute, unsere Fototour zum Wohnen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, tschau!